Ich frage nochmal, Zuschauer, gibt es unter den Zuschauern Leute, die gerne mitspielen würden? Wir würden uns sehr freuen. Wir würden euch in den TS mit reinholen, wir würden euch in das Spiel mit reinholen und alles mögliche, was es nicht hat. Wir würden euch lieben! Genau. Es wäre sehr schön auf jeden Fall, je mehr Spieler, also wir könnten auch drei Spieler mit aufnehmen, wäre sehr schön auf jeden Fall. Ach ja, ähm... Jogcrafter würde gerne, hast du das, äh, hast, äh, ja? Ja? Äh, du merkst, dass du kein, dass du nicht Hitler warst, hab ich daran... Ach Leute, was habt ihr denn gemacht hier? Ihr habt doch schon längst, ihr könnt doch noch nicht die Karten rausziehen. Ach Gott. Ja, ich gib mir mal... Wir sind gerade dabei, wir sind gerade dabei, Leute hinzuzuholen. Ähm... Ach so, Jogcrafter hat das Spiel nicht. Och, Patrick. Oh Mann. Okay. Äh, es gibt davon keine... Ach so, Jogcrafter hat das Spiel nicht, schade. Ich hab Tableflip ausgestellt, wie hast du das geschafft? Äh, du hast ihn von... Ach ja. Okay, ja, ja, ich promote dich nochmal. Okay, alles, äh... Private Areas. Das Spiel ist abgestürzt? Ähm... Das... Das Spiel ist nicht abgestürzt. Da hat jemand gerade geschrieben im Chat, das Spiel ist abgestürzt, eigentlich nicht. Bestimmt, bestimmt wegen dem Tableflip. Das kann sein. Ja, ich meine, ich seh ja das Spiel gerade im Stream, ich seh es ja, dass es eigentlich läuft. Ach, verdammter Mist. Na, ist schön. Ich muss mal eben kurz reconnecten. Wieso? Da. Okay. Nein, nicht muten. Die Promote. So. Die Promote. Die Promote. Wie aber auch jeder irgendwie heutzutage Secret Hitler spielt. Ja, es ist cool, ich mag das Spiel. Hat was. Okay, Kraftwurst. Warte, Moment, ich mische nochmal das Ding hier. Gibt es da wohl ne Demo, das Spiel und die Zeit kommt nichts Gutes mehr von mir. Okay, also, wir löschen erst mal ganz kurz die Dinger hier. Achso, äh, wollen wir... Hm, nee. Ach, schade. Das ist echt... Wer hat das Ding eingefärbt? Ich, sorry. Oh Gott, das ist zu absetzt, der Runde. Der Einzige mit rechten. Ja, genau. Ich bin der Einzige mit rechten. Fetzig. Ah, was soll das? Nein! Oh, krass ist das ein Blau. Oh, Leute. Er ist Königsblau. Hört auf, okay? Hört auf. Du bist der Einzige, der die Rechte dazu hat, also ich weiß nicht. Nein, ich... Ich hab nicht die Rechte... Äh, ihr habt alle die Rechte dazu. Oh. Naja. Ihr könnt alle alles machen, was man mit so einem Ding machen kann, außer es zu anlocken und zu locken. Wenn man mir früher... Früher sagen soll. Okay, also ich merke gerade, äh, unter den Zuschauern gibt es kein Schwein, das mitspielen möchte. Die mögen dich nicht. Ja, ich merk schon. Okay. Äh, Umschläge löschen. Äh, ich bin übrigens liberal. Wo sieht man denn eigentlich, als ob man Hitler ist? Das hab ich schon vorhin gefragt. Wie das irgendwie durch eine extra Karte angezeigt wird? Nee, Hitler, Hitler sieht halt... Ich würde gerne mitspielen, bloß mein Mikro ist kaputt und der ist neu, kommt erst morgen. Ach, schade. Äh. Können alle... Äh, steht denn da, man ist Hitler oder... Ja, nee, du hast, du hast ja, du hast ja einmal... Du bist dann, guck mal, du guck mal, guck mal. Du hast ja einmal deine Party. Ja. Du hast ja einmal deine Party-Membership-Karte und du hast einmal deine, deine Secret-Roll-Karte. Und auf der Party-Membership-Karte, die ist dann faschistisch. Und auf der Secret-Roll-Karte ist dann, da steht dann da, du bist Hitler oder sowas. Ja, der ist dann dieser... Nee, da habe ich auch schon mal gefragt, weil ich das, ich glaube, bei Patrick oder was habe ich das nicht gesehen, weil... Da ist dann so eine Karte, da steht ganz groß Hitler. Also, das wirst du dann schon merken. Ja, außerdem, ähm, außerdem, 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 genau, außerdem, dieses Reptil oder was. Wenn du mal die Karte umdrehst, dass du die Rückseite der Karte siehst, das obere Ding stellt quasi Hitler dar. Ja, genau. Ähm, wir können alle nicht. Na, ihr könnt alle, ihr müsst das halt nur im Chat schreiben, dann schicke ich euch oder die, äh, quasi Daten, für die ihr reinkommen könnt. Und so weiter und so fort mit TS und allem drum und dran. Aber kein Schwein hat das Spiel, was halt ein bisschen schade ist. Kauft euch Tabletops, see me you later. Haha. Okay. Wir können nochmal Cards Against Humanity spielen. Cards Against Humanity kann man auch mal spielen, genau. Sehr gut, äh, machen wir auf jeden Fall nochmal irgendwie demnächst, ne? Gut, ich würde mal sagen, ähm, also, wir schließen alle die Augen. Moment, ich gucke gerade nochmal an der Freundesliste, ob irgendwer nachzufangen könnte. Okay, wir warten drauf, dass Paddy... John ist online. Oh, John, aber dann müssen wir auf Englisch wechseln. Ah. Den Typ nochmal, oder? Eu, Komma, ist... Ich nutze im Eu immer, ey. Ja, Fragezeichen. John schreibt mir gerade, I'm watching you. How? Hast du ihm einen Link geschickt, oder was? Nein, überhaupt nicht. Dann kann ich übrigens auch B drücken für die, äh, ja, probiert es mal. Ja, stell dir dann mal vor, dass... Ja! Oh! Ich meine, die... Ach, die Blindfoten, naja, guck mal, das Problem mit der Blindfoten, du siehst es unten im Chat. Man sieht es im Chat, genau. Paddy? Ja, ja, warte. Kurze Frage. Wie ist euer Englisch? Na ja, schlecht. Oh, ja. Äh, ja, ja, ja. Wir könnten auf Englisch wechseln, dann muss ich halt nur, ja, muss ich halt den Chat, äh, den Stream nochmal ändern. Da steht nämlich im großen Eck gegen Klammern G-E-R. Für German. Ja, und ich bin schlecht in Englisch, wirklich schlecht. Ich bin da auch nicht gerade der Beste drin. Ah, er schreibt mir, äh, trauriger Smiley. Weil ich gesagt habe, I won't have a mind, we have a few people that are stupid to speak English. Nett. Sehr nett. Der Struppi will nur mehr Zuschauer. Natürlich, ich bin verfickt. Zuschauer, Geld, Abo, geil, alles. Was dachtest du denn? Das ist jeder Streamer. Ja, echt mal. Egal wie gut das rüberkommt, das ist jeder Streamer. Danke, Paddy. Danke. Was? Bin ich nicht, aber okay, danke. Wow. Ähm, Patrick ist ein Nazi. Patrick ist Hitler, Paddy ist Hitler, Paddy ist Hitler, Paddy ist Hitler. Dumm wieder? Okay. Okay. Also. Machen wir das so, dass der letzte Hitler Präsident wird? Ja. Alle Leute schließen, ja. Alle Leute schließen ihre Augen. Und die Nazis öffnen ihre Augen. Und die Nazis ziehen ihre faschistischen Nazi-Drecks-Wix-Karten aus ihrem Privatbereich raus. Und zeigen sie sich gegenseitig. Was? Schmacken sie sich um die Ohren, sonst was, was man halt macht. Und dann, ähm. Ja. Ähm. Gehen sie wieder zurück. Gehen sie wieder zurück in ihre scheiß Nazi-Drecks-Höhlen. Und alle machen die Augen wieder auf. Und, ähm. Alles ist toll. Gott. Achso, kann ich Augen wieder aufmachen? Ja, ja. Hab ich gesagt. Augen wieder auf. Bist du blöd oder was? Sorry, ich spreche ja kein Nazi. Ja, dann wirst du halt Präsident. Frist den Präsidenten. Da. Da. Oder, ey, hör doch mal auf. Oder wollen wir wieder würfeln? Mir ist das egal. Nee, alles gut. Paddy wird jetzt, Paddy wird jetzt Präsident. Und du bestumpst deinen ersten Kanzler. Und der Zinn ist der Kanzler. Danke. Tut mir leid, Tim, für letzte Runde. Das war echt fies. Wer ist assi, wenn ich dir sage, wer es ist? Ja, es wäre sehr assi. Ich fände es echt blöd, wenn du das jetzt in den Chat schreiben würdest. Ja, also das... Also das wäre echt ein bisschen beschissen. Das wäre irgendwie... Okay. Wir decken alle unsere Wahlkarten auf. In 3, 2, 1 und los. Hast du auch für das R so zu rollen, dass ich mir aufsack? Nein. Okay, Mike vertraut mich schon mal nicht. Danke. Nein, ich vertraue dir Prinzipiell nicht. Das solltest du wissen. Warte, ich schaffe noch mal die Karte. Ah, diese... Liebe. Liebe im Chat. Liebe im Chat. Ich habe es gerade noch die Augen zugemacht. Also nein, sag nicht. Sehr schön. Ja, ich müsste irgendwie was dafür sorgen, dass die Zuschauer das auch nicht sehen können. Naja, du müsstest halt vorher sagen, so alle Zuschauer, beziehungsweise alle Leute, die es nicht sehen wollen, Augen zu. Ja. Ach ja, und eigentlich... Naja, egal. Okay. Also. Politik schon ausgewählt und so? Nein, nein, ich mache die gut. Okay, ich mache das dann beim nächsten Mal. Bei der nächsten Runde... Wie spät haben wir es eigentlich gerade? Noch Zeit. Alles Zeit. Okay, eine Stunde. Knappe Stunde haben wir noch Zeit. Ich mache das dann einfach nächstes Mal so, dass ich das Spiel kurz aufstelle, ausmache. Und dann... Ja, ich habe das ja nicht auf... Wie kann das denn das... Achso, du hast es schon. Ich habe gerade nicht gesehen, dass Patrick es weitergegeben hat. Ach komm. Okay, Patrick, was hast du gezogen? Ja, ich habe drei Faschistische gezogen. Okay. Ich habe ihm zwei gegeben. Ich habe ihm auch noch eine Liberale gegeben. Was? Nein, er hat mir zwei Faschistische gegeben. Ich habe ihm zwei Faschistische gegeben. Okay. Hauptverdächtiger. Was nicht sehr schwer sich gibt, es gibt doch keine anderen Verdächtigen, also so gesehen. Ach, Tim. Tim, 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 Tim. Hey, ich bin Kanzler. Weht Struppi. Mit mir wird die Welt besser. Wahrscheinlich nicht, aber ne. Eigentlich hat doch Struppi verraten, dass sie liberal ist, weil er gesagt hat, dass es erst sie wäre zu sagen, wer Faschi ist oder nicht. Ja, aber... Wieso habe ich das gerade eigentlich vorgelesen? Egal. Äh, Karten umdrehen in 3-2... Ich bin übrigens... Ich bin übrigens faschistisch. Äh, 3-2 jetzt. Yay, alle liberal. Hey Mann, bist du Hitler? Ja. Aber psch, sagst keinem weiter. Ich bin gespannt, was ich jetzt hier kriege. Hast du gerade vier Karten gezogen? Nein. Nein. Sag kurz so aus. Übrigens, ich habe gerade übrigens wirklich gedacht, dass hier die dritte Politik, also die hier, Mecca wäre. Also, dieser Würfel. Ach Gott. Das hat das so... What the fuck? Wow. Tim, was du auch heute machen hättest können, ist, wenn alle Leute die Augen verschließen, dass du den Stream schwarz machst. Ja, das habe ich gerade gemeint. Also, beim nächsten Mal werde ich das Spiel einfach kurz ausmachen. Ah, okay. Wann streamst du denn so? Würde gerne öfter zugucken. Ähm, ich stream im Endeffekt quasi ohne festen Plan. Folg mir auf Twitter. Hashtag, Hashtag. Genau, folg mir auf Twitter oder auf YouTube. Abonnierst du mich, dann lade ich dann immer ein Video hoch, sobald ich streame, beziehungsweise wenn ich geplante Streams mache, lade ich dann auch so mal, wenn es gut kommt, zwei Tage vorher oder so ein Video hoch, dass ich streame. Ach, okay, liberal. Momentan ist es, genau, momentan ist es, also ich habe eine faschistische und eine liberale bekommen. Ähm, ja. Momentan ist es so, dass ich im Klausurenstress bin, das heißt, ich kann keine geplanten oder regelmäßigen Streams machen. Äh, deswegen muss es jetzt halt so sein. Also deswegen muss es halt eher etwas spontan sein. Danach werde ich halt, sobald ich halt nicht mehr jeden Tag quasi bis 19 Uhr lernen muss, ähm, werde ich halt ein bisschen geplanter das Ganze machen. Also dann werde ich auch mal so einen Monatsplan machen oder so ein Scheiß. Ich fliege gerade so dicht dran, gesund wie möglich, im Kameramodus rum für den dramatischen Effekt. Scheiße, dass keiner sieht. Okay. Paddy, deine Karte. Ja, echt mal. Was? Oh, sorry. Genau, oder hol dir die Hitbox-App, da wirst du immer schön, äh, dann, dann vibriert es in deiner Hose und du wirst darauf aufwechslung gemacht. Und, äh, oder, es gibt dieses... Oh, ich will man streamen schon wieder. Ja, genau, dann kommt dieses... Und dann, dann, dann verbindest, dann verbindest du meine Streams immer wieder mit einem befriedigenden Gefühl. Okay, ähm, wir drehen... Und jedes Mal, wenn du angerufen wirst und es vibriert, musst du daran denken. Musst du an meine Streams denken, genau. Okay, wir drehen die Wahlkarten um in 3, 2, 1, los! Äh, Tim schon wieder, ne? Irgendwie... Ja, Tim, ich sag's, der Tim... Das ist so ein Dauerverdächtiger. Ich sag's, der Tim ist schon wieder in Fasso. Ja, auf jeden Fall. Ich hab's im Urin. Äh, Edil kommt noch in, äh, Struppi. Jeder hat mir was zum Arzt. Oh! Ihr könnt nichts sehen. Jetzt, Kriegsnebel! Fogger vor! Immer! Sorry. Auch bin ich gerade froh, dass, äh, Mike seine Karten umgedreht hatte, denn, weil er auszusehen in meiner privaten Zone mit drin war, konnte ich gerade seine Karten sehen. Äh, Struppi? Jo! Edil kommt noch in der Stunde. Spielen wir dann noch? Äh, in einer Stunde? Da könnten wir eine Runde noch spielen. Also eigentlich, äh, ist 22 Uhr bei mir, End... Äh, Sieg, äh, End, 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 Endzeit. Wow! Uh, der Flutti ist im Chat. Endlich mal ein, äh, endlich mal ein Moderator. Ich hab mir gesagt, warum wir freut sind. Sehr gut. Ach Gott, ich muss ja noch... Ja, weil wir Pokémon mögen. Das ist auch schon Ewigkeiten, ja. Ja, ich weiß aber, es waren gute alte Zeiten. Ah, ja. Ah, und der Flutti ist wieder weg. Schade. Erkrault. Ja. Sag mal, bin ich der Einzige, bei dem bei, äh, Mike das Profilbild ein großes Fragezeichen ist? Nein, bei mir auch. Das liegt daran, dass... Also, der hat kein Profilbild, das ist so. Ja. Ah. Oder er hat's extra gemacht, damit wir nicht herausfinden, ob er Hitler ist oder nicht. Ja, wenn ich Hitler wäre, hätte ich da eigentlich so ein großes, großes, großes Bild drin. Genau. Weißt du noch, letztens, als wir Secret Papel-Ding gespielt haben und Lukas dann... Lukas mit seinem Papel-Ding-Avatar, das war auch sehr schön. Ja. Ja. Was kommt denn jetzt für eine Politik? Was spielt denn... Was spielt denn Faschistische? Na, es spielt nicht... Oh, ich wusste es. Ja, wenn er mir zwei Faschistische gibt. Ich hab dir... Verarscht mich, ich hab dir eine Faschokarte und eine Liberale gegeben. Jojojo. Hm. Okay. 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 Irgendwie war das gerade das Lust... Das war gerade die lustloseste Diskussion, die ich gehört habe. Wow. Okay. 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 Wow. Okay. Ich... Ich... Ich werde... Wurde gewählt zum Präsidenten und ich packe ein... Du wurdest doch gar nicht gewählt. Ah, die Klappe. Und ich packe ein... Friss... Halt ja auf! Gut. Obwohl Patrick war noch nicht, ne? Äh, ich war auch noch nicht. Ja, aber euch beide kann ich ja nicht mehr wählen, also kann ich nur einen von den beiden wählen. Das ist eben das Problem mit zu wenig Spielern, das ist zu wenig... Ach nee, den Ex-Präsidenten kann ich ja trotzdem wählen, ne? Ja, ich... Aber egal, ich will trotzdem mal... Ach nein, ich will nicht. Ich will trotzdem... Ich will... Nee, nein. Keiner, kein Mitglied der vorherigen Regierung kann Kanzler werden, aber jeder kann Präsident werden. Okay, gut. Also, Paddy wird jetzt mal Kanzler. Tim hatte ja schon ein Regierungsamt inne, ne? Ähm, als Präsident, ja. Ah, okay, ich dachte, du wärst auch schon... Entschuldigung. Nee, warte, ich hab dich doch vorhin als Kanzler gewählt, wo ich dir die zwei... Ja, meine ich doch. Ja, stimmt, genau. Du hast mir die zwei Liberalen gegeben. Drei, zwei, eins und los. Okay. Ich hatte da grad so ein paar Dinge, aber das gefällt mir nicht. Okay, ich muss noch ganz kurz was überlegen. Hat das Bild von Tim irgendwie an Helligkeit verloren? Nein. Doch, grau. Das ist schon immer so grau. Okay. Ah. Eisig ist still im Stream. So, ja, genau. Wir dürfen halt nicht miteinander reden, ne? Genau, wir dürfen halt nichts sagen. Das ist das Problem. Also, jetzt darf ich wieder was sagen. Aber wir dürfen halt nicht über die Politikkarten reden. Jetzt kommt eine faschistische. Wieder eine faschistische. Komm schon. Das war so klar, ne? Es ist wahrscheinlich eine überliberte Ahnung. Natürlich. Sehr gut. Okay. Paddy hat den Test bestanden. Ja, er hat mir eine von beiden gegeben. Ich habe mir eine von beiden gegeben. Ich habe halt extra überlegt, also ich habe erst überlegt, die faschistische wegzuschmeißen und beide Liberalen ihm zu geben. Ja, ja, genau, genau. Ah. Ja. Aber, okay. Das ist auch immer schwer. Weil du kannst ja sagen, ich vertraue dir, ich habe dir zwei Liberale gegeben. Und dann fällt, hä, was? Nein. Aber okay. Sehr schön. Hätten wir das geklärt? Geben wir die Ämter weiter? Geben wir das weiter. Das geht an mich. Genau. Das geht an ihn. Samo. Wähle weise, mein Freund. Wähle weise. Oder wähle gar nicht. Denn momentan bist du ein relativ verdächtiger Mensch. Wieso werde ich nicht zum Präsidenten, äh, zum Kanzler gewählt? Das ist... Naja, es wäre komisch, wenn du jetzt Kanzler wählst, weil die Regierung mit euch beiden zuvor nicht richtig funktioniert hat. Ja, genau. Ihr habt euch doch beide in den Haaren gehabt. Warum sollt ihr dich zum Kanzler nennen? Das wäre unlogisch. Äh. Ich meine... Ja, ja, Tim. Hier ist ein Fascho-Gerede wieder. Wie viele Zuschauer haben wir? Oder hast du? Äh, gucke ich gleich mal nach. Moment. Ist schwierig herauszufinden, da Hitbox sich ungerne aktualisiert. Was das angeht. Ah, wir schauen mal ganz kurz. Momentan haben wir... Äh. 18 Zuschauer. Okay, damit sind wir gerade auf Rekordniveau. Haha. 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 Glaube ich zumindest. Oh ja, Patrick. Wähle bitte einfach. Mal ab. Bevor es hier noch ekliger wird. Ich habe geklatscht. Okay, ja. Das klang total wie klatschen. Drei, zwei, eins und los. Oh. Ich habe keine Ahnung von irgendwem der Einzige. Ich weiß, dass ich Tim an halblich vertraue, weil er mir die Wahl gegeben hat. Aber ansonsten weiß ich überhaupt nichts von anderem. Deswegen will ich mal gucken. Der Sokrates ist da und er schreibt auf Liederländisch. Oder auf Plattdeutsch. Irgendwas in der Richtung. Ich habe nicht geklatscht. Oh Gott, Paddy. Oh Gott, das tut weh. Moin, Leute. Niederländisch. Okay. Bist du Niederländer, Sokrates, oder wie ist das? Ja, was wirft er denn weg? Die Kraftwurst. Der Kraft. Der Freude. Du wusstest. Du wirst so klar, dass du mich nachmachst. Ey, ich habe das, glaube ich, ins Leben gerufen. Ne, Jan war das eigentlich. Das ist so ein typischer Jan-Move. Okay. Was hast du gezogen? Oder was wird die gegeben? Eine faschistische und eine liberale, also quasi Standard-Test. Ja, okay. Sehr gut. Moin, Grandchild66. Sokrates antwortet nicht mal, ob er Niederländisch kann. Hallo. Hey, cool. Ja, ich würde sagen, ich bin ein guter Kanzler. Hier, ich wähle meine Karte zur Abstimmung. Du hast mich getestet. Ich teste dich, wenn es die Karten erlauben. Achso, wir müssen die Karten übrigens mischen. Sind, müssen wir, okay. Patrick, lass, lass mich das machen. Ich bin der Meister. Er wirft erst mal daneben. Äh, Patrick, hat die denn noch halb in der Hand? Nee. Ja, natürlich, ja, natürlich. So, okay. Äh, drei, zwei, eins und los. Hui, ist schön. Gefällt mir. Warte, ich habe für Ja gestimmt, oder? Ja. Ja. Okay. Was ist das von mir hier? Hm. Ich kann es verstehen. Ich spreche jetzt relativ flüssig. Sehr schön. Ich hoffe, dass er, wer, in Leuke, Avond, mit, in, Grede, Struppi, Tidjens, de, Striemen. Kein Plan, was er geschrieben hat. Ja, eigentlich. Naja, Niederländisch hat jetzt nicht so viel mit Schwedisch zu tun, Paddy. Es ist beides, glaube ich, germanisch, oder? Naja, also Niederländisch und Schwedisch, also Niederländisch hat mehr mit Deutsch zu tun als Schwedisch. Und Schwedisch, äh, ist halt stark, äh, anders. Patrick, du hast mir nur, ach nee, du hast mir zwei Karten gegeben. Ja, ich habe es in der Stapel gemacht. Äh, ah. Bestimmt sind es jetzt zwei faschistische? Nein. Natürlich. Er hat mir zwei faschistische gegeben. Ich habe drei gezogen. Mhm. Ah. Wer darf jetzt die obersten drei Karten angucken, oder? Nein, ich darf, ich darf jetzt, was? Du kannst dir die obersten drei Karten angucken. Ah ja. Nehmt. Ja, du kannst dir die obersten drei Karten angucken, Paddy. Ja. Ja. Das hast du recht, dack. Das, was ich geschrieben habe, heißt, ich hoffe, es wird ein schöner Abend mit Struppi beim Streamen. Okay, schön. Ja. Paddy, du kannst dir nochmal Karten ziehen. Was soll denn der Scheiß? Darf mir die obersten drei Karten angucken? War ein Spaß. Mhm, genau. Und, Paddy, willst du uns mitteilen, was du gesehen hast? Ich muss einfach zurücklegen. So, es sind zwei faschistische und eine liberale. Okay. Ähm, wenn jetzt Hitler kannst du mit, äh, haben übrigens... Moin, Hum97. Schön. Da habe ich das falsch verstanden. Ja, wenn jetzt Hitler zum Kanzler wird, haben die Faschisten gewonnen. Ja. Oh Gott. Psst, psst, der macht mich zum Kanzler. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Nein. Ich habe noch keine Verdächtigen. Obwohl, nein, warte mal. Er hat vorhin eine Faschistische gespielt. Das ist das erste Mal für mich ein Verdächtiger. Weiß ich nicht, was er ausgespielt hat. Also, Samu hat eine Faschistische gespielt, hat gesagt, er hätte zwei Faschistische bekommen. Ähm, Mike hat gesagt, er hätte Samu eine Faschistische und eine Liberale gegeben. Das heißt, ich traue keinen von beiden. Warte, wenn ich... Stimmt, wenn ich ihn jetzt wählen würde, dann würde es heißen, dass ich auch Faschist... Okay. Moment. Ah, fuck. Aus Friesland und Niederländisch, ja. Aber im Endeffekt, Paddy und ich können halt wirklich, können halt, äh, Schwedisch... Gesundheit. Bisschen, Tim, jetzt übertreib ich nicht. Ja, wir sprechen, wir sprechen Fliesen. Wir haben jetzt schon seit der siebten, nee, neunten Klasse, glaube ich, ne? Kein Schwedisch mehr. Ja, neunte Klasse. Wir sprechen fließend Flensk. Svensk. Svenska. Svenska. Ist mir doch egal. Ich meine, wir haben seit der neunten Klasse keinen Schwedisch mehr und wir konnten schon in der neunten Klasse keinen Schwedisch. Okay. Tim, entscheide dich bitte und wir stimmen ab in drei, zwei, eins und los. Oh. Okay. Samo, bist du Hitler? Ja. Zeig. Gut gemacht. Zeig, erst? Bist du erst als Hitler? Wer war dein Mit-Nazi? Ah, das war Mike. Tim. Du Pfeife. Bitte leid. Okay, Tim, hör auf, dich als Faschist auszugeben, wenn du keiner bist. Das versaut echt alles. Gott, so ne Kacke. Du warst sogar Rudus Meld, du Pfeife. Du warst Rudus Meld. Ah. Und ich war irgendeine Schwarze. Wer bin ich? Du. Keine Ahnung. Typ mit fetter Nase, wahrscheinlich ein Jude. Trotche? Wow. Wow, Tim. Hallo, alte 4 Pro. So. Bin für einen Tim-Wechsel. Tim schreibt, er ist für einen Tim-Wechsel. Okay. Ich entschuldige mich nochmal ganz kurz für die vorherige Ausgabe, aber gleichzeitig entschuldige ich mich nicht dafür. Das war ein Witz. Okay. Okay. Ähm, Paddy. Ich will nur einen mehr hätten. Zuschauerzahlen, Struppi. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Will ich's wissen? Nein, guckst du nicht. Oh mein Gott, 90 Stück. Wow. Na ja, Rekord. Ein Zuschauer heißt 88L15. Cool. Cooler Name. Oh mein Gott, Rekord. Rekordzahlen in der deutschen Lander. Verdammt. Jetzt 18, so ne Scheiße. Ja, kaum macht man mal, kaum macht man mal einen rassistischen Witz, hauen sie wieder alle ab. Ist ja typisch. Ich frage mich warum. Kann ich auch nicht verstehen. Jetzt wieder 17, so ne Scheiße. Ach man. Okay, Paddy. Lade neu. Ja. Und keine rassistischen Witze mehr. Natürlich nicht. Ich kann nicht neu laden, du hast mir die Rechte weggenommen. Ach ja. Stimmt. Ja, aber deswegen warst du die Berater dieser Runde, weil ich dir die Rechte weggenommen habe. Also habt ihr beide eine Scheinfeindschaft gemacht. Oh ihr Wichser. Das war gar nicht mal so schlecht. War aber klar. Paddy. Ich dachte, du, ich hab dich promotet, ne? Tünder war es genau, weil ich Hitler gewesen. Ich hätte viel mehr gemacht. Paddy. Ja, ja, sorry. Moment. Irgendwie lag das gerade. Jetzt waren es gerade 24? Verarsch mich nicht. Ich hab lieben den hier. Ach, vielleicht backt das ein bisschen. Ich werde auf der Hitbox-App nicht angezeigt. Na super. So unterdrückt werde ich jetzt hier schon. Das hatte ich aber auch mal bei der Twitch-App, die ich nicht gefunden habe. Naja. Ja, ich hab ja auch bei 17 Zuschauern glaube ich nicht, dass die das anzeigen. So. Ja, ich bin doch gerade. Ich bin doch gerade dabei. Ich muss erstmal hier ein paar Sachen machen. Ich wünsche es gibt dafür. Komm auf meinen YouTube-Kanal. Nein. Nicht mal. Mach Werbung für mich. So. Eigene Dinger bitte. Also der Taste drücken und dann die eigenen Zonen am besten ziehen. Sehr schön. Oh Gott, Leute. Mike. Mike. Nicht lustig. Habt ihr alle ein ordentliches Bild? mich kannst du wieder. Ja, mich auch. Okay. Moment. Komm. Mich als das, bevor ich wieder am Versuchen komme. So. Demoten. Das fällt jetzt wieder 19 und 20. Da bekommst du Nachrichten. Du musst ihn followen. Ach so. 20, 21, 17, 19 und 20. Alter. Patrick, du hast keine private Zone erstellt. Braucht er nicht. Patrick ist nicht da. Hätte auch mal sagen können. Hat Patrick gesagt, dass er nicht da ist? Ich glaube nicht. Sorry, wieder da. Ah. Hättest auch mal sagen können, dass du weg bist. Ja, nee. Sorry. So, Secret Area. Alles klar. So. Und jetzt wieder demoten. Ja. Ist das hier meiner? Ja. Oh. Gut halten. Gottchen, ey.